Ja, hallo, erst mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Äh, bin schon ein bisschen rumgelaufen. Blechbüchse habe ich nicht gefunden. Also weiß jetzt nicht, wie wir das aufkriegen sollten. Aber wir haben jetzt gesagt, äh, und ich hatte gesagt in der letzten Folge, wir wollen uns jetzt mal um dieses Lagerfeuer kümmern. Da müssen wir wieder runterklettern. So. Komm, lauf mal. Kannst gerne auch rutschen. So. Na, gucken. Die Herausforderung hatten ja schon alle geschafft gehabt, ne? Specs. Da hinten. Gut. Ich meine, zwecks den Hasen. Äh, was nur noch fehlt sind nicht. Zielscheiben. Kann natürlich sein, dass ja auch hier welche, vielleicht welche hängen. Aber wir wollen uns jetzt nicht darauf aufhalten. Könnte ich auch, warum Quantenwop da? Achso, ist ja ein geothermales Tal. Ja, ja. Und der Hub und Hub und Hub. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Das Feuer zu entfangen. Uäh. Jo, wir kennen, wir kennen das Grab. Das brauchen wir nicht suchen. Ah, dazu fehlt mir. Ach, Mann. Dazu fehlt mir ja immer noch, ne? Kommst du hier nicht hoch? Ja, weil du bist doch eine kleine Trude. Hier kam sie hoch, ne? Hehehehehehe. So, okay. Gewoll. Ja, oh hallo. Jetzt brauchst du mit uns auch nicht mehr quatschen. So. Oberlad lang. Hier hoch, ne? Ach, gibt es auch Punkte, wenn man die wirft, oder was? Hehehehe. Äh, äh, hier lang, ne? Äh, gab es voll da hinten nicht. Oder noch mal was zu runterschießen? Oh, Mann. Na gut. So, da will ich hin. Das heißt rüberrutschen und dann gleich springen, oder was? Ach, du Kacke. Naja, wir versuchen es, wir versuchen es. So. Achso, okay. Ich dachte, da würdest du ins Wasser gehen. Oh, Mann, oh, Mann. Na gut. So. Ups, da geht's in die Tiefe. Wasserfläche, Eis. Warum haben wir hier Eis? Wir müssen da rüber. Okay. Uh. Oha. Und? Ich mein, sieht's ja schön aus, das Tal, ne? Wie weit denn noch? Oh, da unten runter in der Ru... Ach, Gott. Zum Lösen und zum wieder Einhaken. Lösen die Achs von der Wand und haken sie wieder unten ein. Ah. Okay. Huh. Oh, 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 oh. Kommen wir noch weiter tief her. Ne? Gott. Alter. Knibbelig, knibbelig, oder? Ja, Gott. Die Angst im Hinterkopf, es könnte alles zusammenstürzen. Da hoch. Oh Gott. Uiuiuiuiuiuiui. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Auf alles gefasst sein. Huh. ALTE! ALTE! ARGHH! Ich hab's geahnt! Ne, da war der Terra geradezu schnell. Wo sind wir jetzt gelandet? Ok. Ja schöne Gegend. Gut. Äh! Äh! Buh! Ach Gott! Buh! So! Puh! Sind wir bald oben? Natürlich nicht, ne? Wenn wir dagegen... Na gut, wenn du meinst! Roshi! Ah, no, komm! So! Hä? Was ist das? Ölflasche? So! Feuerfallfall! Aha! Mehrmals! Ach, guck! Giftpfeile und... Ah! Haben wir jetzt die Feuerpfeile? So, ne? Das ist ja mal nice! Und wo müssen wir das Feuer entzünden? Hallo! Von da sind wir gekommen, ne? Oh! Öl? Noch höher? Sieht so aus, ne? Oh! Was ist das? Oh! 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 Der geht nur noch da ... okay! Klar! Tu dein bestes! Äh, hier kommt wo hoch! haltee! Die haben doch! Achso, muss da hier die drücken. Ja, gut, Terra. Okay, so. Und? Was macht sie denn für Faxe? Gut. Öl, ja. Schön, schön. Die nehmen wir wieder. Haben wir gerade Öl. Ach, die gelben Pannen sind jetzt auch Öl. Aha, aha. Gut zu wissen. So, jetzt müssen wir wieder runter. Wo schickt er uns denn jetzt hin? Da hin. Okay. So. Und? Sorry, sorry. Wir haben ihn entzündet. Oh. Die Musik hört sich gar nicht gut an. Ha, 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 ha. Ich glaube, es gibt ja noch mal extra Belohnung, wenn man hier Kopfsprünge macht, ne? War das nicht so? War jedenfalls mal Schallaufs und Tunbereiter so, ne? Hallo Uschi! Ich bin zurück. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Jaaa. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Ja. Wissen gleich verpackt hat gerade die Stelle, wa? So, hatten wir hier schon alles abgesucht. Ja, hier waren wir schon. Das ist Stille, oder? Oder auch nicht. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Könnte man. Denken, meinen, wie auch immer. Bestimmt. Steht Pfeile. So, noch was. Können da rüberspringen. Wo geht's hier lang? Ach, da ist er schon wieder. Der Aliosch, der sich durchlassen will. Äh, da ist die Oschi. Hm. Und den können wir ja immer noch nicht entziffern. Hm, scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Nee, nee. Können wir nicht. Wir kommen hier nicht durch. So. Dach hoch. Ist das Ding hier offen, oder was? Nö. Jakob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Du? Kommen Sie so schnell wie möglich her. Hinter die Barrikaden. Schnell, schnell! Hinter die Barrikaden. Hier durch, oder was? Warte mal, ich nehm mal, ich nehm mal, ich nehm mal. Bleib zusammen! Oh, jetzt kommen wir hier rein. Ah, nur kurz Zeit. Jetzt kommen wir hier hoch. Ah, okay. Dann müssen wir andere Sachen später machen. Aber hier machen wir mal kurz Schluss. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange wir das schon wieder aufgenommen haben. Ich bedanke mich hier im Fall schon mal fürs Einschalten und Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet die nächste Folge wieder ein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne tun. Und aktiviert die Glocke, da werdet ihr über jedes neueste Video informiert. Bis dann, ab noch einen schönen Tag, euer Terra. Bis dann! Untertitelung. BR 2018